Hey Leute, nach unserem regulären Part zu Injustice am heutigen Mittag, wie üblich immer um 15 Uhr Injustice, gibt es jetzt am heutigen Abend noch ein weiteres kurzes Video, in dem ihr mich ein bisschen mit Green Arrow im Online-Modus sehen werdet. Und das hat einen relativ einfachen Grund. Denn wir wollen am kommenden Sonntag, das heißt wir reden hier vom 28. April, mit euch gemeinsam einen ersten Injustice-Community-Event veranstalten. Wir werden auf der Playstation 3 spielen und was für euch ganz wichtig ist, ihr solltet ab 18 Uhr Zeit haben. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann hoffen wir, dass ihr mit uns spielt und uns ein bisschen in den Popes tretet. Also ich glaube, es wird mal Zeit, dass wir mal so eine richtige Abreibung im Online-Modus kriegen. Und ja, Teilnahme ist eigentlich denkbar einfach. Also wenn ihr wirklich am kommenden Sonntag ab 18 Uhr Zeit habt, dann postet einfach hier in die Kommentare, Yep, ich möchte teilnehmen oder irgendwie sowas. Also bestätigt einfach eure Teilnahme und seid bitte so gut und postet direkt eure Playstation 3 ID mit in den Kommentaren. Dann können wir euch nämlich hinzufügen und am Sonntag dann ab 18 Uhr einladen. Wenn es jetzt so aussieht, dass wir mehr Leute finden, als in eine Lobby passen, dann wird das Ganze so aussehen, dass wir einfach mehrere Lobbys veranstalten. Das heißt, wir werden dann, weiß ich nicht, eine Lobby von 18 bis 18.30 Uhr machen. Wir werden nochmal ein Lobby von 18.30 bis 19.00 Uhr machen. Also wir planen schon ein Stündchen, zwei Stündchen mit euch zu spielen. Und das Besondere zukünftig wird sein, dass wir diese Community-Events mehrfach machen. Das ist jetzt erstmal so ein kleiner Testversuch. Und wir werden dann zukünftig, beziehungsweise wir werden schon am Sonntag, den ganzen Event aufnehmen und natürlich auch diesen Kanal veröffentlichen. Also wer sich wirklich mal online sehen möchte, auf unserem Kanal, wie er uns quasi in den Hintern tritt, dann ist das jetzt echt die große Chance. Und wie gesagt, ihr müsst kein Profi sein in Injustice, wie ihr gerade an Green Arrow seht. Auch wenn ich mit dem relativ solide mittlerweile bin, muss ich zugeben, das sind wir auch nicht. Also Benjamin spielt erst seit ein paar Tagen. Benjamin wird auch dabei sein für unserem Team. Und das sind alles keine Pro-Gamer. Also so viel sage ich euch schon mal. Also wir wollen einfach ein bisschen Spaß haben und jetzt nicht irgendwelche Leute haben, die verbissen um jeden Sieg kämpfen. Natürlich, jeder möchte gewinnen und das soll auch so sein. Und wir hoffen natürlich auf einen spaßigen Event, um ganz ehrlich zu sein. Gut, also wie gesagt, wenn ihr teilnehmen wollt, Kommentar unter dieses Video. Ich möchte teilnehmen oder sowas reinschreiben, eure Playstation-ID. Wir werden alle diejenigen, die sich melden, dann adden und gucken, wer reinpasst. Wie gesagt, wenn es zu viele sind, müssen wir einfach ein bisschen aussortieren. Wir werden vielleicht losen, wer vorher drankommt, wer nachher drankommt. Und ab dann wird dieser Event, ja hoffentlich wöchentlich passieren. Es wird vielleicht kleine Turniere geben. Ihr könnt übrigens auch mich per Twitter at SaschaW erreichen und mir diese Daten da schicken. Also die Möglichkeit geben wir euch auch. Gut, also wir hoffen, ihr habt Zeit. Playstation 3, Sonntag, 18 Uhr. Ab geht die Post, liebe Freunde.